Aktionswoche Persönliches Budget Tag 4 in Arnsberg Nur weil ich in meinem Leben nicht mehr alles selbstständig lösen kann, heißt das doch nicht, dass ich meine Entscheidungen nicht mehr selbstbestimmt und autonom treffen kann. So brachte es Martina Siehoff beim Tag des Persönlichen Budgets im Kulturzentrum Bahnhof Arnsberg auf den Punkt. Das KSL Arnsberg hatte im Rahmen der Aktionswoche das Persönliche Budget mehr als Geld der KSL NRW zur Podiumsdiskussion eingeladen, um auf diese Leistungsform aufmerksam zu machen. Auf großes Interesse stießen dabei insbesondere die Praxiserfahrungen von Budgetnutzenden. Martina Siehoff bezieht seit 2015 das Persönliche Budget. Mein Leben ist mit dem Persönlichen Budget planbarer geworden und ich kann meinen Alltag zuverlässiger gestalten, unterstrich die 57-Jährige, die während einer Reha-Maßnahme auf das Leistungsangebot aufmerksam wurde. Die Teilnehmenden, die überwiegend aus Kommunen und Beratungsstellen nach Arnsberg gekommen waren, trugen ihrerseits zur Diskussion mit der Beschreibung eigener Fälle aus ihrer Beratungspraxis bei. Dabei wurde einerseits deutlich, wie vielfältig die Bedarfslagen sind, womit auch hohe Anforderungen an die zuständigen Beraterinnen und Berater bei den Kostenträgern verbunden sind. Andererseits machten die Beispiele ebenso klar, wie flexibel das Persönliche Budget eingesetzt werden kann, etwa zur Finanzierung einer Assistenz in Schule, im Studium oder am Arbeitsplatz oder einer Begleitperson in der Freizeit. KSL NRW steht für Kompetenzzentrum Selbstbestimmt Leben in Nordrhein-Westfalen. Das Persönliche Budget – mehr als Geld. Das war eine Dokumentation der Aktionswoche Persönliches Budget, die vom 19. bis zum 26. Oktober 2018 stattfand. Idee und Realisation – Medienhaus Dortmund